Kann er reden? Kann er reden? Los! Musik Alles ok? Kannst du sprechen? Ja und was hast du damit? Was hast du gemacht? Nein! Ich? Was hast du mit Drogen genommen? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Wie komme ich zum Lebecker Platz? Ist das die Richtung? Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Was ist los? Entschuldigung, könnt ihr mir den Weg zum Lebecker Platz beschreiben? Ja, du musst einfach hier runter gehen Okay Und dann hier an der Kirche Links an der Kirche ist so ein Weg Den lang laufen dann links den Berg runter Und dann sieht man schon den Berg Ich bin der Limbecker Also eigentlich ist der Limbecker genau wie er Na hör mal Na hör mal Also also wo nochmal? Einmal geradeaus Nein, dann halt mal die Klappe jetzt für nicht an Also guck mal Wenn man hier runter geht Dann mal gerade und an Also das ist an der Ecke direkt hier Dann links Und dann weiter geradeaus Und dann irgendwann Na hör mal Nein, nein, nein Na hör mal Na hör mal Dann einfach jemand anderen fragen nochmal Und dann wird dir dann sagen Nochmal nach rechts Und dann nach links Und dann geradeaus Und dann ist das sofort vor der Nase Grundgültiger Also das ist eigentlich quasi nur links Rechts links Und dann runter Ich glaub dir kein Wort Doch! Nein, du lügst Ich schwöre Ich schwöre Kleiner Fingerschuss Ich kann dir nicht mehr vertrauen jetzt Das ist irgendwie Zerstörter Das ist jetzt alles Ich glaub es ist besser wenn du gehst Ich glaube es ist besser wenn du gehst Also ist du da Kann der reden? Kann der reden? Oh mein Gott, das hätte ich nicht gesehen. Hast du das? Alter, kannst du mir reden? Was ist mit dir? Das ist ein Mädchen. Was ist mit dir? Kannst du sehen? Wisst ihr, wo ich was essen kann? Was denn? Ich meine in die Richtung? Nein, hier unten ist McDonalds. Hier unten ist McDonalds. Okay, danke. Wir haben Comedy-Kanale auf YouTube. Da ist die Kamera hinter. Da ist noch mal ein Gipfel. Hast du schon gesehen? Ja. Wir drehen mit versteckter Kamera auf. Wir haben Comedy-Kanale auf YouTube. Das war nur ein Gag. Was hast du gerade gefragt? Wo die Kamera ist? Da. Nee, nicht ernsthaft. Wir haben Comedy-Kanale auf YouTube. Wir machen jede Woche. Und dann, go straight. Noch mal auf Deutsch. Ach so, ja. Du musst geradeaus laufen. Dann musst du links abbiegen. Äh, links. Äh, nach da. Ja. Da. Da. Regen.